Wer es nicht verstanden hat, PayCloud! Andee, da hast du uns was eingeladen. Okay, genau. Wir sind jetzt erst ziemlich mittelalterlich für heute angekündigt. Haben wir uns selber angekündigt. Es ist auch tatsächlich ziemlich viel Alterspreis dabei. Ja, ja, ja. Ganz am Anfang haben wir ja jemanden für Diener gespielt, aus diesem Codex Faenza, glaube ich, eigentlich heißt der aus dem 14. Jahrhundert aus Italien und das ist jetzt noch ein Stück draus. Eigentlich noch bekannt wird, das Saltarello Nr. 3. Genau. Ja, ja. 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 Musik 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 Applaus